wir sind in dubai krick hallo meine freunde alex mit zuhoff hier willkommen zum time skateboards youtube kanal und heute erkläre ich euch mal ein bisschen warum ich überhaupt die company gestartet habe bei time soll es darum gehen euch zu erklären wie eure zeit richtig nutzt ja ich möchte dass ihr schneller tricks lernt und einfach dadurch auch mehr spaß auf bord habt ich weiß wie es schwierig war damals als ich angefangen habe gab es noch kein youtube gab es kein instagram kein facebook kein myspace was wahrscheinlich die meisten hier gar nicht mehr kennen werden wir haben uns damals die vhs kassetten gegönnt und die durchgesuchtet jeden tag aufs neue und haben geschaut dass wir dann die neuen tricks gelernt haben also die rolex hours hinter uns sind genau neben dem fountain spot indera der eigentlich bekannteste spot in dubai wo die meisten locals auch immer skaten gehen und heute nehme ich euch mit und zeige euch wie ein kickflip funktioniert